Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spiele-Partys mit mir, The Maxi, im Trainingsraum von Captain America. Und da legen wir direkt los und sammeln hier ein paar Punkte ein. Mensch, dass es auch endlich mal wird. Oh, was war er denn hier? Entschuldigung, habe ich dich gerade geschlagen oder? Okay, es gibt massig viele Punkte, ihr seht das. Nur bringen die gerade überhaupt nichts. Und wir können hier den Raum auch mal komplett zerlegen. Aber die bringen kaum was. Okay, irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht, das hat mir Punkte gebracht. Sehr gut. So. Perfekt. Nochmal kaputt gemacht. Okay, dann gehen wir jetzt hier einfach mal vorne rum um den Ring. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das die richtige Entscheidung ist. Wow, wie viele Punkte das hier sind, das ist echt krass. Und jetzt schaut mal oben die Leiste an, die fühlt sich ja kaum. Das ist echt heftig. Okay, damit kann ich was bauen. Ich habe gerade nichts, denn ich sehe, hier hinten lang müssen wir auf jeden Fall auch, denn da gibt es noch einiges kaputt zu machen. Sehr gut. Okay, und er ist jetzt immer mit bei uns, so wie es aussieht. Macht ja nichts. Da ist das nächste. Okay, ich habe es trotzdem noch nicht so wirklich gesehen, was das war, was ich zu gut gemacht habe. Aber man, ich habe es schon mal. Okay, so. Einmal. Yay, eine Dummypuppe. Okay, nein, lass uns erstmal hier noch schauen, dass wir alles kaputt machen, was wir kaputt machen sollen. Denn hier haben wir... Seht ihr? Da war nochmal vier von fünf. Ich wusste doch, da ist noch irgendwas. Und das machen wir am besten zuerst kaputt, bevor wir hier irgendwas, was wir mit einer Special-Fähigkeit kaputt machen können. Bevor wir das machen, so. Okay, ich dachte, den können wir vielleicht auch nochmal kaputt machen, aber nein. Das ist ja schön. Kriegen wir noch ein paar Punkte raus. Bam. Okay, das war's dann. Und hier nochmal. Alles kaputt machen und irgendwo muss dann auch irgendwann fünf von fünf kommen. Ey, wie komme ich hier rein? Ich will da rein. Okay, denn da liegen Punkte und die sind dann definitiv weg, wenn ich wieder da bin. Ich kann ja jetzt erstmal speichern. Richtig, richtig, machen wir. Und da kann ich auch nicht rein, okay. Dann werden wir mal sehen, was das jetzt hier wird. Okay, auf jeden Fall auch was zum Trainieren. Da kann er mal schießen. Und da können wir jetzt hier loslegen und den stärken. Bam. Oh, sehr gut. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ups. War ja nicht geplant, kann er ja nichts dafür, dass er so stark ist. Aber warum komme ich da nicht rein? Ist verschlossen. Ist hier irgendwo rum? Nein. Oh Mann. Okay, dann einmal hier mit der Puppe kämpfen. Die machen wir garantiert auch gleich kaputt. Bam. Ja. Das ist irgendwie... Macht er alles hier kaputt. Aber das macht nichts. Das scheint niemanden zu interessieren. Das ist ja auch sein Trainingsraum. Denk ich. Von daher. Okay. Falscher Typ. Nimm ihn. So. Oh, überladen wir die Dinger jetzt. Äh, geh runter. Ah, egal. Fang niemanden zu interessieren. Ups. Nein. Hehehe. Ach, Quatsch. Gefährliches Dilemma. Ich bitte dich. So. Nächste Übung. Sandsack. So wie es aussieht. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Was geglänzt hat. Sehr schön. Nummer eins. Bam. Perfekt. Und dann haben wir hier unser Training absolviert. Oh, jetzt wird er wieder wütend. Das geht schief. Und? Hahaha. Halt's ab. Doktor Zola. Was denken Sie? Hm. Ein Meisterwerk. Na ja. Was geht hier los? Captain America. Aha. Wie aufwegt. Los jetzt. Okay. Auf. Nach oben. Ist das jetzt in Erinnerung? Scheint fast so. Captain America. Ja. Genau wie in ihren Filmen. Sie und ihr jämmerlicher Partner kommen gerade rechtzeitig, um die wahre Macht Hydras zu spüren. Ah, wir machen das schon. Captain Rogers, bitte kommen. Steve, hören Sie mich? Passt schon, passt schon. Ist der Punkt wieder kaputt? Hoffentlich kommt diese Nachricht an. Red Skull kann äußerst gefährlich sein. Wer? Komm nicht vorsichtig. Tü, 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 tü. Kommen wir noch ein paar? Ja, verdammt. Und mein Bonus ist gleich weg. Und hier. Ja, gut. Ein paar Punkte habe ich hier bekommen. Perfekt. Aber, das reicht mir noch nicht. Na. Warum rennt der auch von mir weg? Verstehe ich nicht. Bin sie furchteinflößend? Eigentlich nicht. Hey. Voll gern machen wir das. Hey. Wie gemein. Achtung. Ah, da war Feuer. Vielleicht. Kann ich alles. Kann ich alles. Ja. Ja, ja. Aber die Kostüme sind schon cool. Oder? Was meint ihr? Zack. Rabatz. Komm. Sehr gut. Jetzt brauche ich hier nur noch ein paar Punkte, Leute. Ich brauche Punkte. Und. Da ist er weg. Da sind noch Punkte. So. Einmal alles einsammeln. Denn das geht ja so nicht. Dass wir hier gar nichts bekommen. Obwohl wir hier mal sechs und sieben und... Hast du nicht gesehen? Zack. Ja, kriegen wir alles hin. Captain America ist so gut. Es klappt. Lass mal hier die Punkte einsammeln. Das ist noch keiner gemacht gerade. Das nächste Mal hast du nichts rein hier. Ach so. Äh. Ich muss mal schauen. Ich glaube... Wir müssen jetzt auch erstmal hier das Feuer löschen. Perfekt. Ja. Das war gut. Da haben wir richtig krass viele Punkte bekommen. Sehr schön. Zack. Gehen wir mal herunten. Und weg. Puh. Ach, komm. Wie viel denn noch? Wie viel wollen denn hier noch kommen? Ja, ich glaube, das ist nur zum Speichern. Äh. Ja, du willst bauen. Danke. 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 Sehr gut. Und jetzt können wir hier nämlich gar nicht etwas kaputt machen. Aber erstmal hier. Lass uns mal speichern. Zack. Aber das... Ich weiß nicht, kann man das? Kann das Captain America? Jetzt sind wir schon wieder so weit weg. Okay, dann vielleicht der hier. Nein, das... Okay, ist auch eine Möglichkeit, aber... Das wollte ich eigentlich. Zack. Na, Patz. Und jetzt können wir nämlich hier das explodieren lassen. Zack. Ja. Herr Schmidt. Oh, und die nächste. Ja, die kriegen wir auch noch kaputt. Oh. Das wird dann vielleicht doch ein bisschen schwerer. Aber schaffen wir schon. Ah. Dann muss es doch jetzt irgendwas hier... ...geben. Okay. Was passiert jetzt? Ah, ja. Genau. Jetzt gerade ist das Kraftfeld... Musste ich das... Musste ich das extra hier... Na, na. Geht weg, geht weg, geht weg. Nicht, dass das Kraftfeld dann gleich wieder... Ich weiß auch nicht, ob das wiederkommt. Zack. Und... Ja. Ha. Tja, so ist das. Halt, da sind Punkte. Halt, da sind... ...rechte Stückepunkt. ...wollen aber nicht zugeben, dass wir die normalen Menschen längst hinter uns gelassen haben. Ja, 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 ja. Wir chillen jetzt erstmal hier. Ich akzeptiere das mit Stolz. Und ohne Furcht. Und... Perfekt. So, wie sieht es jetzt da aus? Wann geht das Kraft... Ey! Wann geht das Kraftfeld kaputt? Jetzt. Und da war es kaputt. Oder es hält einfach nicht so lange eins von beiden. Wird es schon gewesen sein. Na. So. Ah, nein. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist auch okay. So, der... Captain America. Kannst du vielleicht einfach mal... Au. Und... ...die nächste kaputt. Sehr gut. Jetzt bauen wir was Schönes. Perfekt. Und jetzt... ...einmal nach oben, bitte. Halt. Halt, ich muss nochmal hierher. Ja. Jetzt können wir hier hoch. Okay. Okay, und da oben habe ich gerade was gesehen, was wir sammeln müssen. Doch. Wir sind überall. Sie werden schon sehen. Hm. Und... Sie haben Solas Spielzeuge ja schnell genug besiegt, Captain. Oh, wer ist das denn? Aber jetzt kommt erst die echte Herausforderung. Hm, wats mal ab, wats ab. Mal sehen, wann die kommt. So. Jetzt haben wir das kaputt gemacht. Das muss ich irgendwie... ...und das will ich haben. Halt, stopp. Wie geht das jetzt? Ich bin im Ernst, der mit Hilfe ist ein Schild. K, um den Schild geholfen. Ich bin im Schild-Modus. Aua. K. Oh, wow. Das gab ja gleich mächtig viele Punkte. Ich will aber eigentlich da hoch. Das will ich haben. Wie geht das denn? So, jetzt bin ich im Schild-Modus. Das heißt, das kann ich jetzt abwählen. Und kann hier zu ihm rein, aber... Hä? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Irgendwas ist da komisch, aber okay. Wir schauen mal, was wir hier draußen noch machen können. Ehe wir hier gegen den Typ noch mehr verlieren. Denn es sieht auch diesmal wieder nicht so aus, als könnten wir alle Punkte hier sammeln. Und das stört mich schon ganz schön. Schaut mal, das ist doch hier... Das klingt doch wieder. Muss doch hier irgendwie... Und ich sehe da auch, dass da was drin ist. Er kann aber auch nichts machen. Ach, da brauchen wir bestimmt Iron Man. Haa. Und, und, und? Ist es Iron Man? Yep. War klar, wir brauchen Hitze. Da ist er wieder. Schild-Modus. Egal. Egal, wir machen jetzt hier noch den Rest kaputt. Und dann sehen wir, wie wir ihn kaputt machen können. Wobei ich hier ja auch mal was ist. Da kann ich aber gar nichts damit machen. Okay. So. Schild-Modus. Hey, dude. Für dir. Und jetzt bin ich hier drin. Schild-Modus. Schild-Modus. Ich hab Schild-Modus gedrückt. Hallo. Okay. So. Was soll das? Ich verstehe es nicht, Leute. Das ist mir dann echt zu hoch. Warum setzt er seinen verdammten Schild-Modus nicht ein? Der setzt den nicht ein, Leute. Macht er nicht. Macht er nicht. Ich verliere hier nur Punkte, weil dieser Schild-Modus nicht funktioniert. Der funktioniert nur ganz kurz. Okay, was ist jetzt hier? Kann er... Ja, klar. Drück K, um den Schild-Modus zu wechseln. Ist mir klar. Mach ich ja auch. So, und jetzt? Bringt mir das was? Der hört ja auch nur kurz auf. Geht ihr? Und sobald ich mich wegdrehe... Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es gerade echt nicht. Das ist mir wohl zu hoch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das soll. Okay, entfällt es jetzt noch was? Nee, das ist wieder das andere. Dieser Typ. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hab den Schild-Modus aktiv. Denn da oben ist ja auch... Das hab ich ja frei gemacht. So, und jetzt renne ich da rein. Bin jetzt hier und... Der kann mich trotzdem hier killen, oder was? Okay. Schild-Modus. Hallo! Oh, Captain America, du bist ein echter Loser. Sorry, aber... Nichts für ungut. Und schon wieder... Der aktiviert diesen verdammten Schild-Modus nicht. Wundervoll. Wundervoll. Und jetzt haben wir 10.000 Punkte verloren und gar nichts bekommen. Echt geil, Leute. Echt geil. Das läuft doch. Doch ich habe Pläne, die ich nicht verschieben kann. Na ja, haut ab, ihr Freikinger. Haut ab! Jetzt kommen wieder solche Deppen. Ich will ja gar keinen schnappen. Ich will ja gar keinen schnappen. Ich will ja gar keinen schnappen. Ich will ja immer nur meine Punkte haben. Fertig. Machst du auch was? Der hat grad gar nichts gemacht. Dann ist das halt so. Ich hätte aber trotzdem hier gerne noch dieses... Teil. Warum kriege ich das nicht? Warum kriege ich das gegen mich? Ich wüsste auch nicht, wie ich da hochkomme. Brauche ich da wirklich im freien Spiel dann Iron Man dazu, um einfach hochzufliegen? Das ist ja unfair. Du kannst ja hier praktisch gar nichts erreichen. Also nicht viel jedenfalls. Zack. Okay. Yay. Wie können wir noch was zusammenbauen? Ah, nein. Okay. Wundervoll. Dann häng dich doch auch ran. Oh, Leute. Das macht mich irre. Ich weiß nicht. Geht's euch auch manchmal so? So. Aber es muss ja irgendwie Sinn machen. Ja. Zum einen hier rüber zu kommen. Okay. Das ist schon mal gut. Immerhin. Das haben wir. Da gibt's nochmal Punkte. Hier aber halt auch. Und ich werde vielleicht... Lass mich erstmal hier. Was los? Ah! Warum habe ich das nicht jetzt... Warum habe ich das jetzt nicht bekommen? Okay. Und ich muss da drüben runter. Ja. Na los. Einmal nochmal hoch. Na los. Einmal nochmal hoch. Wahrscheinlich geht das gar nicht so. Hier geht's doch runter. Hier geht's doch runter. Hier geht's doch runter. Ich seh das doch. Leute. Jetzt ehrlich. Wir können nichts machen. wie sinnvoll. Hallo. Wie können wir mal dort rein? gehen. über mich? Dann scheint er nicht. Wie sieht's hier aus? Leute. Keine Ahnung. Was das soll. Ich finde es einfach nur unfair. Aber okay. Wenn ihr einen Tipp habt. Beziehungsweise wenn ihr wisst. Warum das hier alles so unzugänglich ist. Dann schreibt's mir ruhig rein. Ich werde das erstmal hier alles noch kaputt machen. Könnte wenigstens ein paar Punkte kriegen. Das war halt echt im ersten Spiel. Hat man da so ultra viele Punkte bekommen. Und jetzt gar nicht. Jetzt fällt er sogar wieder runter. In seinem Angriff. Was zur Hölle? Was ist mit dem los? Okay. Scheint nichts zu bringen. Nö. Nö. Das bringt dir nichts. Ist okay. Raus hier. Zack. Let's go. Okay. Moment. Ich hoffe der Punkt würde inzwischen wieder funktionieren. Red Skull befindet sich ganz in der Nähe. Ja. Wahrscheinlich sogar schon gegen ihn. Der Glück dabei. Los Cap. Wir haben sie in die Ecke gedrängt. Okay. Kann das irgendjemand? Wahrscheinlich nur hier Captain America mit Hilfe seines Schildes. Ja. Aber das ist doch... Ist das jetzt echt dasselbe? Nö. Das ist nicht dasselbe. Hier. Ja. Okay. Da brauche ich wieder ihn. War klar. Ja. Wir holen uns zuerst mal noch einen Puff. Punkte. Ja. Diesmal rennen wir gleich durch. Und schlagen ihn. Na. Okay. Okay. Ja. Super. Das war wirklich knapp. Hm. Kriegen wir hin. Irgendwas sagt mir, dass Red Skull diese Sache bereuen wird. Ah. So. Ja. Genau. Hat das jetzt geklappt? Jetzt. Wunderschön. Dann bauen wir uns mal was neues, oder? Halt. Oh. Da sind paar Teile runtergefallen. Als ob... Ey. Ich hatte ja hier gerade erstes mal fertig gebaut. Ja. Die machen wir aber jetzt platt. Okay. Jetzt ist das Zeichen kaputt gegangen. Bestimmt weil wir zu weit weg waren. So. Jey. Jey. Und zack, da sind wir. Komm. Bam. Hehe. Hey, da sind ja aber immer noch Punkten... ...tür daneben gewesen. Ich bleibe bis zum Ende an deiner Seite. Ich bleibe bis zum Ende an deiner Seite. Jey. Hä? Na super. Wenn wir den Zeitpunkt verfehlen, war's das mit uns? Besser keine Zeit verlieren. Okay, diese hin und her, das verwirrt mich grad übelst. Tschüss. Okay. Können wir jetzt in den Zug irgendwie rein? Das wär ganz gut, denk ich. Schon mal sowas ähnliches mit Batman und Petwoman, glaub ich. Da wird es bestimmt funktionieren. Captain Rogers, bitte komm. Immer noch nichts? Schade. Versuchen Sie an die Spitze des Zuges zu gelangen. An die Spitze des Eisbergs, okay. Die Information befindet sich so da vorne im Zug. Wunderschön. Aber Leute, wir speichern erst mal, denn das geht ja echt richtig lange, diese Mission. Mit Captain America. Und vielleicht gibt's ja noch Hoffnung, dass wir die Punkte schaffen. Ich hoffe es doch. Aber naja, Leute, erst mal für heute vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht's noch Spaß hier bei Lego Marvel's Avengers. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spiele-Partys. Mit mir ist Maxi. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.